Wir haben eine Überraschung im Fohlen-Szenario, die unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Kai Takura, der japanische Nationalspieler, der ein Schlüsselspieler in der Abwehr der Fohlen war, steht im Mittelpunkt einer unerwarteten Wende. Seine Teilnahme am nächsten Asienpokal ist noch nicht vollständig festgelegt und Borussia Mönchengladbach ergreift Maßnahmen, um die Sicherheit und beste Leistung unseres talentierten Verteidigers zu gewährleisten. An diesem Dienstag gab Roland Wirkus, Sportdirektor von Gladbach, bekannt, dass die Teilnahme von Kai Takura am nächsten Asiencup noch nicht zu 100% feststeht. Obwohl Itakura die letzten Tage bei der japanischen Nationalmannschaft verbracht hat, wird er zunächst an den Niederrhein zurückkehren und mit der Mannschaft weiter trainieren. Die endgültige Entscheidung über ihre Teilnahme am Turnier wird in den kommenden Tagen fallen. Kai ist ins Flugzeug gestiegen. Er wird morgen hier erwartet und wird dann die gesamte Trainingswoche bei uns verbringen, sagte Wirkus gegenüber der Rheinischen Post. Der 26-Jährige soll am Samstag im Testspiel gegen den niederländischen Verein Goahed Eagles Votball BV antreten. Ein Schritt, der darauf abzielt, sicherzustellen, dass Itakura völlig fit und risikofrei ist, bevor er über seine entscheidende Rolle beim Asienpokal entscheidet. Hintergrund dieser Entscheidung ist die Langzeitverletzung von Itakura. Anhaltende Knöchelprobleme führten im Herbst zu einer Operation, im Oktober kehrte der Spieler verletzt aus dem Nationalkader zurück. Da der Asienpokal näher rückt, möchte Borussia sicherstellen, dass Itakura vollständig genesen und bereit ist, sowohl den Verein als auch die japanische Nationalmannschaft beim Turnier zu vertreten. Roland Wirkus äußerte die Besorgnis des Vereins hinsichtlich der Verletzung von Itakura und erklärte, Wir sind ein wenig besorgt, weil er sich verletzt hat. Obwohl er an den letzten Trainingseinheiten vor Weihnachten teilnahm, bestritt er keine weiteren Spiele. Das gibt uns als Verein kein gutes Gefühl. Borussia Mönchengladbach geht vorsichtig vor, um sicherzustellen, dass unser Schlüsselspieler in bestmöglicher Verfassung ist. Trotz der jüngsten Transfergerüchte betonte Wirkus, dass diese Spekulationen jeder Grundlage entbehren. Da ist nichts, sagte Wirkus. Er versicherte den Fans, dass Itakura wie alle anderen Spieler eine entscheidende Rolle in der Mannschaft spielt und dass Borussia Mönchengladbach auf die gesamte Mannschaft setzt, um seine Ziele zu erreichen. Wir möchten die Meinung unserer unglaublichen Fans hören. Wie empfinden Sie die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Teilnahme von K. Itakura am Asiencup? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren mit und gemeinsam werden wir unsere Fohlen weiterhin auf dieser aufregenden Reise unterstützen.